Musik Sich selbstständig machen, damit gutes Geld verdienen und dabei auch noch anderen Menschen helfen, sich besser zu fühlen. Diese Möglichkeit bietet das Lizenzsystem At Home Baubiologie seinen Partnern. Mit dem ungewöhnlichen Geschäftskonzept im Bereich der Radiästhesie und Baubiologie können sich Existenzgründer ein Alleinstellungsmerkmal in ihrer Region sichern. Viele Menschen leiden unter Schlafstörungen, Migräne, Konzentrationsstörungen und Depressionen, ohne die genaue Ursache zu kennen. Die Methoden von At Home Baubiologie versprechen diesen Menschen Hilfe. Wohnräume werden auf natürliche und technische Strahlenfelder untersucht. Störungsfreie Rückzugszonen werden so gefunden oder geschaffen. Wenn Sie dieses Konzept interessant finden, dann klicken Sie jetzt hier und erfahren Sie mehr über die Konditionen des Lizenzsystems. Störungsfreie Rückzugszonen Störungsfreie Rückzugszonen Störungsfreie Rückzugszonen